Ach ja, das allseits beliebte Telefon. Ach ja, ach ja. Haha, wenn man es nicht hätte. Oh! Erschrecken mich doch nicht gleich so, wenn ich hier schon wieder anfange zu, zu oft zu nehmen. Das kannst du doch nicht machen. Auf jeden Fall so. Kannst du echt nicht machen sowas, Dude. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ne, na. Auf jeden Fall so, dass ich mich so erschrecken muss. Aber ich will mal eine andere Cyber-Interface haben. Ich hab noch die hier. Ich brauch mal hier für Schwer und so, damit ich das nehmen kann. Das wurde eben Waffe erfordert, Schwer auf 1. Wo kann ich denn da hingehen? Hm, aber ich glaube im Technikraum da. Schon nochmal Schacht blockiert. Das war Technik. Mal leider noch mal kurz einen Abstocher an die Technik machen. Ja, leider leider. Mal kurz einen Abstocher hier an die Technik machen. Obwohl wir ja hier schon waren, ne. Ich muss mir nochmal nen Dings reinpfeifen. Damit ich noch ein bisschen mehr hab. Und so ist halt Bot. Boah, scheiße was ich. Boah, scheiße die Dinger rein. Boah, scheiße. Ne, Technik drauf noch. Ne, Technik drauf noch was. Ne, wenn ich hin muss. So. Was man hier alles macht, ne. Wahnsinn. Mal gut durchs Bild durchzukommen. Und das war nämlich hier. PSI und Waffen genau hier war das. Ich brauch einmal schwer. Und was war das? Standard 5, 6. Was? Standard 6. Wo ist? Machen wir lieber Sperre nochmal auf 2. Kann man die jetzt hier auch nehmen? Huah. Sprengladung. Äh, so, sonst kann man nicht weiter machen. PSI vielleicht noch. 4 Punkte irgendwas. 4 Punkte. 17 Punkte. 4 Punkte. Vielleicht. Waffenunterdrückung. Oder hier. Für kurz die Alarmdauer. Hmm. Cyberwert. Eliminiert Waffenrückstoß. Elektronen. Das hier könnte vielleicht nochmal nütz sein. Verkürzter Alarmdauer. Steigert ihr den Cyberwert um 2. Steigert ihr die Windigkeit um 2. Nehm ich Cyberwert nochmal. Tech. Cyberwert. Der Cyberwert steigert ihre Chancen beim Hacken, Reparieren und Modifizieren. Und die Zahl der gefährlichen Erfragnoten sinkt. Also. Ach, ich hab nur leider keine Wellen in die Peter ziehen. Nicht genug PSI. Zugkraft, Schirm, Alarmdämpfung. Ich geh mal gleich mal zur Alarmdämpfung. So. Jetzt hätten wir da alles ne. So, dann können wir wieder zurück gehen. Hätten wir da alles. Aber ich brauch PSI Spritzen nochmal. Immer cool. Wär voll cool gewesen mit PSI Spritzen und so. So, ich hör schon wieder so einen komischen Bot. Oh, du hast ihn eh. Scheiß Bot. Ich hör sie in. Ich stieb jetzt mal Hase, ne? Hab ich das schon mal erwähnt? Hab ich das schon mal erwähnt? Hab ich das schon mal erwähnt, dass ich stieb jetzt Hase? Ne, ne? Hehehehe. Oh. Oh, ich lief so Arsch langsam. Ich muss mal kurz, Entschuldigung, noch mal kurz in de... Dings reingehen. Hm. So, das ist doch gleich bei uns. So. So, so, so. Hydro-Kultur. So, Hydro-Kultur. Auch schon hier drüben schon. Biolabor. Sektor C. In Sektor C. Ne, Sektor D. Hab ich Sektor D schon? Oh, ich hab Sektor D schon. Aber geh mal erstmal in Sektor A, aber. Damit meine Oma so noch, so ein Ding noch einsetzen da. Geh mal nochmal in Sektor A. Ja, haben wir noch genügend? Ja. Wir haben noch genügend. Oh, ich hab mal übers kein Glück beim Hacken wieder, ne? Jetzt, ne? Endlich. Siebzehn. Oh! Wie viele sind das? Oh, lol, alter. Meile Fresse, wo kommt die denn alle her? Oh, verfickt, dude. Sind das aber immer so viele. Das finde ich scheiße. Alter, ey, es geht gar nicht klar. Was sind hier kaputt? Wieso kommen denn so viele? Oh, was sind hier kaputt? Äh, was sind hier kaputt? Äh, was sind hier kaputt? Was ist denn hier kaputt? Was ist denn hier kaputt? Was ist denn hier kaputt? Mö, ne? Ach, nie, wir können nicht rein? Oh, ich hab' das nicht mehr kaputt? So, ich hab' das nicht schon auf 1. Das war das ja gar nicht. Das war das ja gar nicht. Spass euch, ich geh' doch mal Medikids, bei 5. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl! Also hier, in unserer Bravierung Wir waren nie wirklich weg, wo das drauf steckt Haha Ah lololololol Mhm, mhm Egalo, irgendetwas? Hier haben wir schon alles Hier haben wir, glaube ich, auch schon alles Wo kommst denn du her? Oh, danke Hier hat man auch schon alles zerstört Ne Rebenanlager Ooooooooooh Was sind die Scheiße? Das Maul Und Hustlen Wie ist der Scheißbomb? Oh, Toxin-Level ist wieder so. So, nochmal 2 von 4. Oh, wo? Überwachungssystem deaktiviert. So, da hinten der wieder... Ach, nööööööö. Das haben wir mich ganz beschickt, mit dem rumstrapt. Ha, ha, haa. Ich bin da unten. Oh, Morderschrott. Guckt man jetzt auch wieder raus hier? Nö, nö. Oh, das ist nicht so, dass wir jetzt hin und wieder rauskommen. Ich kann den Morderschrott dazu benutzen, um wieder rauszukommen. Oh, komm. Komm, bin ich schon nicht mehr raus, oder was? Ah, wenn ich keine Ahnung bin, bin ich nicht mehr rausgekommen. Boah, zum Glück bin ich schon rausgekommen. Ich glaube, hier war gar nichts, ne? CO2 in... Hast du mal nie gesehen. Hopp, dann. Holtern. Hier war mal so gut wie nichts. Aber wir haben das eingesetzt hier. Genau, das ist schon mal positiv. Das ist schon mal positiv, dass wir das eingesetzt haben. Hier waren wir schon überall. So, hier waren wir nämlich schon überall. So, hier waren wir nämlich schon überall. Weiße, das ist nicht sicher, wo wir ja jetzt nicht mehr rausgekommen sind. Das ist zwar ganz besonders wichtig, aber nicht mehr rausgekommen. Mein Freund. 15, 20 Sob Schwer 2, Energiestandard Waffen Und da brauchst du 6 dafür, für das brauchst du 6, ne? Ich lieber mal hier rein, damit Stärke, bestimmt ihr Inventarkapazität Und den Schaden, den sie den Gegnern in den Nahkampf zufügen Alle Panzer, manche Waffen, haben wir eine Mindestanforderung Ausdauer Trefferpunkten Psi Wendigkeit Saibor Auf jeden Fall Stärke nochmal 1 dazu